Na 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 Ufff Prrrrrr Prrrr 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 Herzlich Willkommen zu Buh- Gib mir noch ein, zwei Versuche Herzlich Willkommen zu Bully Ein Spiel Bei dem wir die anderen Kinder mal richtig Ran nehmen können Ufff Wie viel Ist Nagelneu Ist doch ein Rockstar Die haben auch gete 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 immer gemacht Old Rated Redemption Also ist klasse Aber eins steht fest, die anderen Kinder Ja wir lassen das mal Aber war ein netter Sidegag Denke ich Also wir mobben heute die Dreckskinder richtig zusammen Bis zu heulen Los geht's James? What? Who are you? Mom I thought you told me never to talk to strangers Like I said before Jimmy Please be nice to your new Stepfather Okay rich guy I love it that you're twice as old as my grandfather And you're fat and bald That's enough! I've had it with you, you little brat You've upset your mother I've got half a mind to beat you Half a mind is right Suddenly he realizes I can't believe you, you little monster We'll deal with you when we get back from our honeymoon Next year Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? Welcome to Bullworth Academy Ah The Headmaster is expecting you Hopkins Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting He's a brilliant man Brilliant Helloi Wie er direkt ready ist zum Boxen So Schauen wir mal was das hier zu bieten hat Arme nach Alter was beleidigen die mich durch Halt's Maul Ah so hau ich ihn Wenn sich deine Ärgeranzeige füllt Versuchen die Präfekten dich festzuhalten Okay also ich gehe Okay ich hab nix verpasst Ich geh jetzt hier einfach nur lang Und sie beleidigen mich durch Ey davon schlagen sich schon die Nächsten Die verfolgen mich halt richtig hart ne Alter warum ist der ein schneller Ha Entkommen Sie haben alle einen sehr kurzen Geduldsfaden Okay also hier ist Krieg Das habe ich nicht erwartet Na gut So you must be Hopkins Uh huh What uh huh What vandalism Graffiti Bad language Violent conduct Disrespecting staff Oh I'm scared of you Hopkins Come on give me a break You keep that nose clean boy Or I shall clean it myself Miss Danvers Are you back yet? Yes Headmaster Take our new friend Hopkins here And show him around the school And get him properly attired Certainly Headmaster Come along boy I haven't got all day Ja also meine Schulzeit war ähnlich hart Auf der Waldorfschule Ich mein wir haben immer unsere Aggressionen Durch Eurythmie kanalisieren können Ich will ja mal was aufklären okay Auf der Waldorfschule tanzt niemand seinen Namen Und die beten auch keine Bäume an Ja Guess what time it is Yep Time for a beatdown What the fuck Okay Step 3 Start Skit down Komm mal her BAM Das ist ein bisschen Jetzt bin ich in die Mocking Ich bin die Mocking Ich bin die Mocking Ich bin die Mocking Hey you're the new kid Give me a break loser Hey relax Hey relax You just arrived at the toughest school in the country And I'm offering to be your friend You gonna play nice or what? Yeah Sure Good So how about I show you around? You're gonna be pissing blood You're gonna be pissing blood You're gonna be pissing blood You're a dog You're a dog You're a dog You're a dog Hey how you doing? You must be the new kid I'm Pete I've been here five minutes And already people want me dead Yeah I've been expelled from anywhere halfway decent Cause I'm really bad What's your problem? Well ADD primarily but also life My parents this school western civilization But PD haven't you got some imaginary friends to go on? Why? Would you guys mind getting out of here? Oh Oh now look what you've done Pete Jimmy can't stand you already Wo sind deine Hände Bruder? Oder das hoch ist? Oh guck mal da ist doch so einer oder? Ich krieg den Paar auf die Fresse Alter BAMF You're not looking very cool right now Okay Oh Begegnet dir jemand aggressiv? Kannst du versuchen dich zu entsuldigen Will ich aber nicht Das ist ne gute Idee Ah das kenn ich Oh So Oh 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 nein Einmal frei Das kenn ich alle schon Hey Jimmy follow me Oh man There's that weird shit Eunice Let's have some fun with her Hi He took my chocolate Please get it back Please get it back I'm gonna make your life a living life Okay dann hol ich jetzt deine Schokolade There he is Show him what you're made of Jimmy Der frisst die I'll give you the chocolate if you pay You suck I don't want any trouble okay Woah Take this stupid chocolate You gonna cry now Why did you do that? So Ich hab deine Schokolade Thanks Um Wanna make out Mmm 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 Sheesh I'll remember this forever You actually kissed her Hi Jimmy Let's go to the caf I'll show you who's who Feeding time at the zoo Okay here's the deal Over there we got the nerds Of course they're complete social artists They look pretty harmless They're actually sneaky bastards And those are the preps They're all money and condescending attitudes Yeah massively inbred and completely brainless Very observant Jimmy boy Now over there are the greasers They think they're tough Hey And last but not least The jocks These guys rule the school Whatever I'm not afraid of some dumb roid monkeys You'll learn Come on let's go You guys are you doing in here? Oh right Class Take care to follow my instructions precisely As we will be working with volatile chemicals today Oh Gefährliche Chemikal Shit Show you Ist ja hier wie bei Let's Dance Ey Easy Wissen würde ich die normalzeit Hat ihm auch niemand erklärt What are you doing? Ich bin so schlecht Letzte Chance Okay ich bin ich nervös Keep up the good work Keep up the good work You're almost done Good work You have a future in chemistry Good job Keep paying attention Satisfactory work James Next class EIN I kick it LOL Ich hab bella Hehehe You seem to be making yourself quite comfortable here my boy Yeah you could have fooled me What? Can I go now? On your way Hey, I saw you sucking up the crabble snitch Shut up This is what we do to teachers pets around here You better not Ow Ha 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 Come here you little Yeah come and get me Okay Oh Gott Jetzt muss ich ja alt die ganze Zeit Echt Oh Scheiße Oh Scheiße Ehehe Ah der hat gleich hier noch Schlag die Scheiße auf die Wow Shit nein Nachts Beine brechen Weiter geht's Oh den noch mal ein Zwischen treten Guck mal ran hier Ich nehm den Schmeiß nur David Komm da runter Alter Ich sag dir Hör auf Hör auf Ich geh Ehhhhh 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 Wunder mal Ich wees halt so geil Die schlagen sich ununterbrochen Alles Kommt jetzt kommt der Dicke dazu Der nimmt ihm Das Buch weg LOL Oh Leute, der wird sich richtig geprügelt. Alter. Ey, Junge. Ich muss nicht. Alter. Ist der lineal? Seine Hose ist vorne auf. Mach mal den Hosenstall zu, Allah. Oh, nochmal. So, that's a good idea, right? Yeah, okay. All right, sure. I'll do it. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. It's sink or swim, my friend. What? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. The balls! Oh, nochmal. Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Na gut, also ist hier mein Metier. Ich merke das schon. Okay, ja. Ich würde sagen, das war ein kleiner Ausflug in Bully. Würde mich interessieren, ob ihr mehr sehen wollt. Es ist halt sehr Story-lastig. Das heißt, ich habe da nicht so viel Raum, viel mit zu machen. Aber ich denke, man kann aus dem Material trotzdem einiges Lustiges für euch machen. Ja, war so ein Reinschnuppern. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da um mehr geht. Sag mal, was ihr davon hältet, ne? Amen. Tschüss. Ah, tschüss!